Wenn ihr da jetzt zum Beispiel einfach mal für euch den Brücke 1 sucht und sagt, ja, das ist ein junger Mann, alt aus meiner Perspektive, aber insgesamt global gesehen immer noch relativ jung, den kann ich unterstützen. Da würde ich gerne mal sehen, wie er seinen Kaffee morgens trinkt. Dann kann ich euch zwar nicht zeigen, wie ich meinen Kaffee morgens trinke, weil ich auch keinen Kaffee trinke, aber ihr könnt trotzdem einen Follow da lassen. Der bringt mir erstmal nichts, aber vielleicht kommt irgendwann ein Modelabel auf mich zu, das sagt, hey Brücke 1, wir haben hier neue Schlüpper. Und dann habt ihr irgendwann so in zwei, drei Jahren mich im Schlüpper in der Timeline. Das ist was, wo ich dann kein Verständnis mehr hätte, wenn ihr da Nein sagt. Ich denke, so viel Mühe hat sich noch niemand gegeben vor euren Like oder Follow oder whatever. Starten, Top-Set, aber ist egal. Also ob die jetzt Top-Set starten oder nicht, ist egal. Die Gegner haben nicht gefreased, das ist eigentlich gut für uns. Wenn die gefreased hätten, wären wir ein bisschen fucked, jetzt zonen die uns quasi noch Level 1 von der Wavefag. Und die dürfen das, leider. Und können ja jetzt mal nichts so viel dagegen tun. Ähm, we did this. Finde ich nicht gepressured, mein lieber Tolk-Tolk. Wir sind alle, das ist übel, also es ist komplett fein. Das ist ganz normal, der Stuff. Ihr werdet immer gesund, Level 1. Dass wir Heals schon bekommen haben, ist auch weird as fuck. Wir haben schlechte Erfahrungen mit Kaiser gemacht, he? Hundert Schaden, einfach so! No! Und dann hat sich durchgesetzt anscheinend, übel gut für uns. Riecht mega viel zu essen, ne? Das ist einfach mega. Ja, schon der Flash von ihm. Weil dann gut reagiert. Schön, Mann. Nicht schön, nicht schön. Wird nicht schöner, ne? Mit Parting-Tal, ja? War okay. Wenn der Lucian jetzt kriegen würde, wäre es so sexy. But will he? He will! He will! What a legend, what a man, what a player. Nice, guys! So, der TP von Katrina, einfach wieder scheißegal. Mann, was für geile Teammates. Wenn ich könnte und nicht Corona hätten, würde ich einen Lut... Nur kein Galeforce auf Kaiser. Fühl ich Galeforce einfach nicht so hart. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich glaube, ich Galeforce brauche gegen die Gegner tatsächlich. Ich habe genug Stuff, der mir Immobilität verspricht, oder nicht? Ich habe nicht. Schön, fand er es da gespielt. Super gut, Alter. So, nice. TC, perfekt, ne? Perfekt, der TC-Chain. Den Q gespielt. Bin eh vernünftig gespielt. Einfach nur gut. Kannst du überhaupt nichts sagen. Kann ich da ran? Ich habe jetzt beide, ich habe jetzt beide Samsung genutzt, aber ja. Zwei Optionen, Wave nicht nehmen, würde bedeuten, Lucian geht Mitte und nimmt die Wave an. Die stackt in seine Richtung. Wave nehmen würde bedeuten, Lucian bekommt einen Play-Versuch. Auf unten auf Aphelios, in dem 1v1. Und Aphelios kann unten die Wave nicht durchpushen. Nehmt jetzt die Variante hier. Flash into Ult spielen ist halt immer so wasteful, ne? But it works. And if it works, it works. Aber wie günstig das Item ist. Ist ja unnormal. Oh, was? Und man entwickelt eh. What the fuck? Alter, der ist gekauft. Mit Kusshand, ey. Mit fucking Kusshand lag ich da. Ich habe ein bisschen gepennt. Aber wir können Top-Tour abgeben. Auf den Rack, denke ich. Aber wir sollten nicht beide Trills abgeben. Der Überlebende hat Kushand, dikey. Sie lieber maf das아아. What that is? What the fuck oh? Ginger. Oh, my God. What the fuck oh? Hey. 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 Oh, er lässt so einen Kill auf Reeliers bekommen. Schade. Mit dem Fighter dann nicht spielen, so, ne? Aber er ist auch gut gemoved von meinem Team. Was soll ich sagen? Er ist einfach gut gemoved. Also, durch beieinander geblieben. Engaged. Zur richtigen Zeit. Auf die richtigen Leute sogar. Alle konnten follow-upen. Und glaubst du, Kaiser ist heute besser als Vayne? Weil Kaiser High Range hat. Also, ein High Range Follow-up auf Dinge. Vayne nicht. Kaiser hat auch einen besseren Damage Burst. Wenn du bei einer Vayne immer autotacken musst. Ich glaub trotzdem, dass Vayne auch gut ist. Versteht mich da nicht falsch. Würde super gerne runtergehen. Und eine Artox abholen. Aber es wird halt auch nicht so viel bringen. Weil ich schon sehr wertvoll bin eigentlich. So wie alle Menschen wertvoll sind natürlich. Fand ich gut. Fand ich gut. Ich glaube, dass ich nicht erst Base-Kann dann Red-Kann, oder? Joke. Mach den für Gold. Oh ja, da seh ich mich aber, glaub ich, oder? Schon. General Norris, der Freestab. Das Game ist halt jetzt einfach durch für die Gegner, oder? Die haben ja keine Tools mehr. Man muss sagen, der Line-Up ist generell dumm gepickt, so. Aber einfach keine Tools mehr. Was wollen wir jetzt noch machen? Wir wollen einfach auch aufgeben. Was macht das jetzt eigentlich für mich? Nur mehr Werte, oder? Ne, ne, nicht den Weg. Boah, denn. Das Bells ab, leider. Jetzt stell ich eh ab, oder? Vielleicht. Vielleicht stell ich eh ab. Oh, bist du süß. Stell doch auf den Früß ab. Im Sterben war eh ab. Mit dem E kann ich nochmal Zeit kaufen. Ich kann nicht gewinnen, aber ich kann Zeit kaufen. Und dann musst du die Teile nicht flashen, so. Du, Kaiser, stärker als Jinn. Ja, ich würde deswegen sagen, Kaiser, stärker als Jinn. Weil Kaiser einen Incessing-Charakter hat, so. Wenn du mit Kaiser ahead kommst, kannst du das Game carryen. Wenn du mit Jinn ahead kommst, kannst du das Game nicht carryen. Mit Jinn ahead kommen ist relativ, ist nicht pointless, weil du bist obviel immer noch sehr stark und kannst ihn vielleicht immer noch aufräumen. Aber als Kaiser kannst du auch einen Komplettloser dabei haben, der richtig reinscheißt. Aber als Jinn nicht. Also du bist so teamabhängig. Noch immer. Da verlierst du quasi nicht diese... Ja. Du bist die Teamabhängigkeit nicht. So, Drake ist done. Top-Sat-heoretisch nehmen, oder? Oder wir trollen und gehen trotzdem Bot. Find it with me. Nehmen wir trotzdem Bot. Macht man aber nicht, obviously. Oh, Gott bless. Den kann durchjumpen, ne? Und mich töten. Schöne Ult on. Schöne Arnold und schöner Knock-up-after. Ich war mir nicht sicher, wo die trappen. Dann haben wir Vantabio reingetroffen. Oder reingehettet. Und ja. Glück gehabt. Ich würde jetzt Zerbex nehmen. Wobei ich nicht sicher bin. Actually waren alle gut. Hey, Diamond 1. Wow. Ich glaube, da bleibe ich jetzt für den Rest der Season. Wir nächsten Mal. Ja. Ja. Schock dar. Klappt das? Ich glaube das Spiel frei Ja, soweit schon Oh mein Gott Ich bin so geil Mach Clip Mach Clip Mach Clip Mach einen Schei